Marketing. Marketing ist so ein Zauberwort und erscheint für viele Schülerinnen und Schüler ein Traumfach zu sein, was man gerne studieren möchte. Später mal in der schillernden Welt des Marketings und der Werbung unterwegs zu sein und für große namhafte Unternehmen Marketingkonzepte zu entwickeln, an Pitches teilzunehmen, Präsentationen zu gestalten, das klingt doch sehr, sehr verlockend. Und wenn man dann bei den ganz großen Marketingagenturen schaut und auf die Gehälter der Marketingmanager blickt, die dann so in der Spitze bei 15.000 Euro brutto im Monat liegen, dann klingt das alles sehr, sehr verlockend und sehr, sehr interessant. Und in der Tat, ein Marketingstudium ist ein sehr interessantes Studium. Warum ist es so interessant? Weil es viele Teilbereiche, sei es wirtschaftliche Teilbereiche, aber auch Teilbereiche beispielsweise aus der Psychologie, aus der Konsumentenforschung, aus der Sozialwissenschaft aufnimmt und diese Bereiche vereinigt. Marketing eben als Teil der BWL, aber es ist eben weit mehr als ein reines BWL-Fach, weil im Mittelpunkt eben auch die Frage steht, wie wirkt Werbung und was bedeutet Werbung? Und GWriters kann Ihnen mit seinen Ghostwritern hier wertvolle Dienste leisten während des Marketingstudiums. Warum? Weil die Anforderungen, die an einen Marketingstudenten gestellt werden, vergleichsweise hoch sind. Zwar ist der NC deutlich niedriger als bei anderen Studien, bei anderen Studienfächern. Er liegt so im Schnitt zwischen 2,0 und 3,0, vielleicht 2,7 bei manchen Universitäten. Aber auch die Anforderungen an einem Marketingstudenten sind hoch. Mathematik ist eine ganz wichtige Vorgabe, ein ganz wichtiges Wissen, was mitgebracht werden muss. Wissen aus dem Bereich Statistik ist notwendig, weil man will natürlich danach immer wissen, ob eine Marketingkampagne auch erfolgreich war. Und dieses Messen, dieses Steuern, das ist natürlich dann auch Aufgabe des Marketingexperten, des Marketingreferenten. Und all dies bedarf im Studium eines eines vollen Einsatzes. Und es mag vielleicht schnell sein, dass man dann auch mal an seine Grenzen kommt. Seien es fachliche Grenzen, seien es aber auch zeitliche Grenzen. Und genau hier können die Ghostwriter von G-Writers im Bereich Marketing wertvolle Dienste leisten. Weil sie bringen genau die Anforderungen mit, sie bringen genau das Wissen mit, was im Bereich Marketing notwendig ist. In der Regel arbeiten sie im Bereich Marketing, haben viele Jahre Berufserfahrung und haben natürlich Marketing studiert. Häufig auch noch andere Fächer dazu, VWL, BWL beispielsweise. Haben also eine große Erfahrung in der Marketingpraxis und sind immer am Puls der Zeit sozusagen. Das heißt, sie wissen um aktuelle Forschungsstände im Bereich Marketing und können das bei ihnen mit einbringen in die Gestaltung ihrer Arbeiten. So kann ein Marketing-Ghostwriter schnell, einfach, hochkompetent sie im Studium entlasten und für sie ihre Seminararbeiten, ihre Hausarbeiten, natürlich auch ihre Abschlussarbeiten, sei es jetzt im Bachelor oder im Master schreiben. Kurzer Blick, wie ist so ein Marketingstudium aufgebaut? Beim Bachelor sind wir in der Regel mit sechs bis sieben Semestern unterwegs, beim Master in der Regel bei drei bis fünf Semestern. Ganz, ganz üblich ist es sowohl beim Bachelor als auch beim Master, dass Praktika und auch Auslandssemester in diesen Studienzeiten mit eingebaut sind. Der NC, sagte ich schon, ist nicht so hoch wie bei anderen Studienfächern. Von daher kann man hier auch schneller einen Studienplatz erhalten. Im Grundstudium werden sie erstmal einen Überblick erhalten über alle notwendigen Grundlagen und Basisthemen des Studiums und des Themas Marketings. Später kann dann eine Vertiefung erfolgen. Beispiele Medienrecht, Kommunikation und ganz interessant natürlich auch das Thema Social Media, Social Media Werbung. Das sind ganz neue Studiengänge, die auch von privaten Universitäten sehr, sehr stark angeboten und sehr, sehr stark forciert werden. Gerade interessant, wenn sie später eben dann auch in diesen Bereichen als Marketing Manager tätig werden möchten. Was auch interessant ist im Bereich Marketing, dass viele Universitäten, gerade private Universitäten auch ein duales Studium im Bereich Marketing anbieten. Das heißt, eine Verknüpfung zwischen beruflicher Tätigkeit und Studium bedingt natürlich noch einmal höhere und größere Anforderungen an Sie als Student, insbesondere was die zeitliche Thematik angeht. Genau hier können dann eben auch wieder die Marketing Ghostwriter von GWriters Sie unterstützen, indem Sie sie zeitlich einfach entlasten, sodass Sie sich auf Ihr Studium konzentrieren können, auf die Klausuren konzentrieren können, die Sie zu schreiben haben, auf die Präsentationen konzentrieren können, die Sie zu halten haben. Und Sie sehen also ein Ghostwriter im Bereich Marketing, der kann hier so richtig auch zu einem Partner in Ihrem Marketing Studium werden, kann auch zu einem Coach, zu einem Lektor, zu einem Begleiter werden. Denn es muss nicht immer die Erstellung einer fertigen Arbeit sein, denn es wird viele Fälle geben, wo Sie auch sagen, da kenne ich den Forschungsansatz, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ich brauche vielleicht nur noch mal ein wenig Unterstützung und auch die richtige Ausfahrt sozusagen auf der Straße zu finden. Und genau hier können dann auch die Marketing Ghostwriter von GWriters tätig werden. Kurzum, Marketing ein hochinteressantes Studium und gerade wenn man sich die heutige Produktwelt, die heutige Dienstleistungswelt anschaut, Produkte werden immer vergleichbarer, werden immer austauschbarer. Allein über den Preis ist der Wettbewerb schon lange nicht mehr zu gewinnen. Und umso wichtiger wird es in der Zukunft sein, Marketing Spezialisten zu haben, die genau wissen, auf was muss ich in der Werbung bei Kampagnen Wert legen, damit diese im Sinne des Produktes, im Sinne der Marke erfolgreich sein können. Und damit Sie dies erfolgreich studieren können und später dann auch den Job erhalten können, den Sie sich vorstellen, können hier die Marke, den Ghostwriter von GWriters Ihnen wertvolle Dienste leisten.